Ich fange an. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu TechTown. Hallo. Wow, es leckt, Alter. Hallo. What the fuck, man? Mein MFSU ist voll. Yay. Party, Party. Party. Party hard. Meiner ist aber auch noch voll. Und er wird nicht schwerer. Mein MFE ist immer noch nicht voll. MFE. E. Und dein scheiß MFSU ist voll, Mann. Ja, kriegst du denn? Mir kommt hier überhaupt nichts an, irgendwie. Seit mal, wo ist der denn? Wie, gar nichts, oder was? Weißt du nicht, richtig wenig. Der ist immer noch nicht voll. Ich könnte mal... Lädt schon seit Anfang letzter Folge. Ja, aber trotzdem. Stimmt, bei ihm lädt der richtig langsam. Ich guck gleich mal, warte. Jetzt ist er stehen geblieben. Ja, jetzt. Ja, ja, ich habe eben die Leitung abgebaut. Moment mal, was zieht hier eigentlich gerade Strom? Das frage ich mich auch. Du hast ja nichts hier aufgebaut. Macerator. Achso, hier, der Furnace. Ich lege gerade mal bis oben ein Glasfaserkabel. Damit... So, krass. Warum sehen die Netherwarzen in dem Texture Pack von dir aus wie Korallen? Äh, weiß ich nicht. Es sind Korallen. Es sind Korallen. Was sind das hier überhaupt für Pinöpel? Pinöpel? So. Lul. Das ist... Die sind so geil, die Dinger. Ich wacke da andauernd runter, wenn ich da... Ja, ich weiß. Ich darf es noch nicht draufstehen. Okay, jetzt dürfte Strom ankommen. Äh, warte, ich gucke, wenn ich die Gelegenheit hätte. Oh, ja, jetzt geht's. Jetzt geht's schneller, oder? Oh, ja. Ja, also. Was ist der Fehler gewesen? Äh, ist der Lack noch am Kabel. So, na, ich guck mal. Wenn du ein MFSU dir bauen willst, ne? Ich hab jetzt um die 20 Diamanten, oder so. Jetzt ist er doch voll. Ja, jetzt ist er voll. Ja, jetzt ist er voll. Ja. Ja, brauche ich jetzt gerade nicht. Boah, Alter, wieso leckt denn das so? Lass uns mal schlafen gehen. Habt ihr alle Betten? Ich fang gerade nicht. E-Op. Nein, ich bin gerade nicht da. Oh, damit. Ich such gerade Gravel. Durch den Regen leckt das? Boah, ein Enderman in meinem... Ja, dann mach. In meiner Hood. Moment, ich muss den Enderman in meiner Hood killen. Nein, das war nicht gejetet. Scheiße, Mann. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen, weil der Enderman irgendwo ist. Äh. So eine Scheiße. Wo kriegt man denn am besten Gravel her? Äh, ich hab noch welchen. Ich hab welchen gefahren. Ich hab welchen gefahren. Jetzt ist zu spät. Unten in meiner Boots. Boah, hab ich mich verjagt. So. Äh, verjagt. Äh, ja. Ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Hört aber wieder aufzuregnen. So, wie viele Chips jetzt haben wir denn? Gar keins. Wir müssten einen zweiten Laser bauen. Ja. Wie viel kostet der? Richtig. Ne, geht eigentlich. Ah, das geht. Warte. Ich hab extra zu dem Zweck noch ne Golden Conductive Pipe gebaut vorhin. Ja gut, dann, äh, wenn du willst, kannst du noch craften. Ich, äh, bin noch dabei. Äh, ich brauch noch ein bisschen Gold. Und ich hab Sidihan. Warte mal, lag nicht noch Gold hier unten drin? Ne, auch nicht. Ist alles weg. Ja, ich brauch Obsidian. Äh, geh ich da mal farmen. Jo. Pups, ich brauch doch Gold von dir. Ich muss dich jetzt doch ausrauben. Dann nehm dir aber nur ein Stack. Ich hab noch zwei. Ja. Wie gesagt, wir müssen bald nochmal nieder. Warte, hab mir noch jemand ins Team an. Nach welchen Farmen. Äh, ein Stack. Oder, naja, ich könnte mir auch einfach gleich zwei Diamanten nehmen. So, das ist so viel unkomplizierte. Hm. Äh, ich kann dir übrigens auch noch ein Minimum Stone bauen, wenn du willst. Ich hab mittlerweile genug, glaub ich. Mia? Ja. Ja. Oder, ja, das wär nett. Wo ist, wo ist dein überhaupt? Ich hab den, glaub ich, noch nicht zurückgegeben. Ne, hast du auch noch. Ein Crafting Table, glaub ich. Hoffentlich. Meiner ist noch nicht wieder da. Weiß nicht, wo du den hast. So, ich hab jetzt zwei Diamantblöcke. Achso, das muss man ja im Ticci-Ticci nachgucken, wie der geht. Höh? Äh, ich hatte eigentlich so ein Laser vorbereitet. Ja, ich, äh, hab den nur kurz rausgetan wegen den Diamantblöcken. Kann ich einen abbauen? Also, ich brauch Diamanten. Wie viel brauchst du? Wie viel Diamant? Drei. Geh an meine Goldkiste, sag ich da nur. Okay. So, wie geht denn die Black Hole Chest? Genau, jetzt brauch ich noch sechs, äh, Obsidian. Und eine Kiste, eine normale. Wollt, ich geh mal eben runter an die Mine und farme mir nochmal was. Ich hab sechs Obsidian. Ach, du hast sechs? Ja, aber mach ich grad für den Laser. Ja, genau. Dann, ne, mach das ruhig. Ja, okay. Mach das ruhig. Ich geh einfach nochmal runter. Ey, wie ging denn der blöde Laser nochmal? Ey, warte mal. Laser. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie viel Diamanten wir in den letzten Folgen rausgehauen haben? Bestimmt so an die zwei Stacks. Ist dir mal aufgefallen, als du in meiner Goldkiste waren, wie viele Diamanten da wieder drin waren? Aber wir haben bald eine neue Diamantquelle. Ähm, und ich hab noch vier Obsidianen im Inventar. Ja, das ist gut. Dann brauche ich nur zwei. Ja. Was mir aufgefallen ist, ähm, Phipps, ich hab, äh, ich bau dann, du hast ja auch einen Mass-Replicator. Ja, genau. Hab ich extra gebaut. Und ich bau dann noch eine extra Apparatur, unabhängig von unserem Stromkreis, der uns versucht. Ich baue noch eine extra Einrichtung, was dann, was weiß ich, mit sechs oder sieben Geothermal-Generatoren läuft, das den, ähm, äh, Dings antreibt. Den Mass-Replicator. Und nebenher mach ich dann aus dem, aus dem Cobblestone, der von unserer Quarry produziert wird, mach ich dann Scrap. Und damit der, der, der Mass-Replicator dann schneller wird. Und dann haben wir... Also ein Iridium hab ich schon mal. Ja, und dann haben wir theoretisch irgendwann so viel Iridium und einfach so viel Diamanten. Weil wir den immer über Nacht laufen lassen können. Das wird richtig geil. Ja. Glaube ich dir. Scheiß Slimes. So. Also ein Golden Chipset ist jetzt schon fertig. Ja gut. Wie gesagt, ich brauche zwei. Und vier Obsidianen hast du gesagt, hast du noch. Joop. Ja, dann hole ich jetzt noch zwei. Nein. Scheiße, Mann. Ah, was leckt das denn jetzt gerade so? Das leckt doch nicht. Bei mir auch nicht. Ja, wahrscheinlich wegen Steamer. So. Okay, ich hab alles. Ich kann mich hier mal mit einem Waypoint setzen. Obsidianen-Mine. Scheiß Skelette. Mann. Aua. Das geht nicht ab, Mann. Ich hab mich nicht. Erstmal drei Skelette hintereinander. So, ich will hier hoch, bitte. Dankeschön. Boah, dieser Turm, wenn du jedes Mal, wenn du in den Hof fliegst, kriegst du voll die Paras. Weil das so lang ist. Wo hab ich denn jetzt die Erde hingetan? Da. Liegen. Und jetzt brauche ich noch eine Kiste. Und dann habe ich erstmal eine fette, fette Black-Core-Chest. Und dann kommen diese Pipes da dran. Dann kommen die Pipes da dran. Sehr gut. Und ich habe dasselbe Problem. Das heißt, ich muss jetzt Optionen, ihr seht es jetzt live, man kann sie nicht craften. Irgendwie ist das Rezepte-Marsch. Aber. Nee, die musst du in den Server-Properties. Da musst du Enable Black-Core-Chest oder sowas. Und dann True. Irgendwie sowas. Weil das Ding kann den Server kaputt machen. Ja. Ich mache es jetzt einfach so. Ich habe jetzt die Items gelöscht, die in der Werkbank lagen. Und habe eine gecheatet. Ja, ist auch voll okay. Dann ist das alles rechtens. Das ist eh nur umständlich, diese Scheiße. Mit dem Properties. Das habe ich auch damals gemacht. Und dann ist mir wirklich der Server kaputt gegangen. Ja. Dann wird in die ganze Welt, wird dann in so ein schwarzes Loch gesogen. Das ist total komisch. Aber gut, deswegen baue ich ja so ein Ding hier drumherum. So ein Käfig. Mhm. Damit eben das nicht passiert. So, das habe ich ausgebessert. Genau. Wir haben jetzt schon eine kleine Farm, ne Leute? Falls es euch interessiert. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Golden Conductive Pipe. So, ich habe noch Golden Transfer Pipe, 12 Stück. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Haben wir Redstone Chips jetzt noch da? Oder wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, zwei sollten fertig sein. Ja, das klingt doch gut. Ja, zwei sind fertig. Wie lag das gerade so ein bisschen? Ich habe keine Ahnung, warum. Bei mir nicht. Immer noch nicht. Logistikpipes. Das ist eine Diamond Transfer Pipe. Habe ich die nicht noch irgendwo? Oh, die sind noch Golden Transfer Pips. Ah ja, das ist Zahra. Habt ihr noch Heu? Warte, ich gucke gerade selber mal. War das Holz nicht, glaube ich. Redstone. Okay. Die Rohstoffe schmälern sich allmählich. Oh ja. Rory Time. Wir brauchen Smaragd für diese Power Seed Scheiße. Ja, das auch. Hast du die Grünen? Ja. Ich habe Saphire, Rubine und... Emerald. Ne, ich habe zweimal Green Saphir, blauen Saphir und Ruby. Der blaue heißt einfach nur Saphir. Der grüne heißt Green Saphir und der roter ist Ruby. Ne, wir brauchen Emerald. Emerald. Ne, nicht Smaragd ist das. Welche denn? Smaragd brauchen wir. Guck selber rein. Hast du nicht. Wie sieht ein Smaragd auch? Gebt es unten ein? Smaragd. Gebt es überhaupt nicht. Warte mal, wie heißt denn das auf Englisch? Ja, sagt es nicht aus. Wie heißt das Ding auf Englisch, Alter? Gebt einfach Power Gebt einfach Power und dann diesen Tinkertable und dann... Oh, Emerald. Emerald, hast recht. Ja, Emerald. Ja, hast du Emeralds? Ne. Wow. Ich habe Saphire. Ja, ne. Die Emeralds, das sind diese Dinger, die direkt über dem Bedrock sind und Arsch selten. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt brauche ich... Basic... Nein, nicht Basic. Äh... Kann mir jemand seine Kettensäge geben? Ja. Habe ich nicht. Habe ich. Kommst du runter? Oder warte, ich leg sie dir ran. Ja, ich komme... Ne, ne, ich komme runter. Ich bin schon von deinem Haus. Nein, nicht da in der Back. Die da. Dankeschön. Ist die aufgeladen noch? Ja, ja. Ein bisschen. Wie viele Chart of Minim braucht man für so'n Stein? Habe ich dir denn jetzt eigentlich wiedergegeben? Äh... Acht, glaube ich. Okay. Habe ich dir denn wiedergegeben? Mh... Mein was? Dein Chart of Minim. Mh... Muss... Ich hab'n nicht im Inventar. Äh... Hoffentlich ist du noch da. Das... Das habe ich scheiße gebaut. Oh ja, er ist noch da. Hast du noch Glowstone? Ich hab' Glowstone. Ja, Glowstone wär' super. Ich brauch' nur einen. Ich komm' mal hoch. I'm here. Ah, ich brauch' nur einen. So. Ja, oder so, genau. Das ist doch ganz gut. Ah, jetzt kann ich nicht mehr rennen, verdammt. So, und FIPS, wenn ich dann mein System fertig habe, dann fange ich dann irgendwann an. Und, ja, legt dann zu euch, nach euch zuhause auch diese Requests und diese, also diese, diese, ja, diese Pipes halt. Damit ihr das... Ich weiß gar nicht, was ich mit da anfangen kann und soll. Ja, das erklär ich dir dann. Okay. Das ist echt richtig geil. Du wirst davon vollkommen überzeugt sein. Das werde ich ausflippen und euch rumbringen? Nein, du wirst ausflippen und uns danken. Achso. Ist ja fast das Gleiche. Ja, genau. So fast, ne? Ein bisschen. So, an die Seite kommt die hier. Hoppala. Äh, wie lange haben wir denn? Für mich war das wahrscheinlich jetzt die letzte Aufnahme. Für zehn Minuten. Ja gut, dann... Aber ein bisschen... Ich will es jetzt noch fertig kriegen hier. Fünf Minuten. Dann bin ich weg. So, Default Root, yes. Jetzt brauche ich diesen Logistik-Power-Junction. Wir müssen unser Erde-Dingens mal ein bisschen erweitern. Unser Erde-Dingens? Können wir... Ja, unsere Landschaft halt. Können wir das demnächst auch mal machen? Ja, da habe ich auch schon dran gedacht, weil mittlerweile wird es ein bisschen eng, ne? Ja. Die Farm, die ist gerade ziemlich... Ist so. ...klein. Ja, müssen wir demnächst machen. Müssen wir mal gucken... Klingt gut. ...wann, wie, wo. Also ich sage dir nur so einige Vorteile von diesem System. Du kannst zum Beispiel automatisch Kupferkabel craften. Du kannst automatisch alles craften. Alles, was schwierig ist, gibst du einmal ein. Gibst du nur noch die Rohstoffe hin und er craftet es dir automatisch. Das ist zum Beispiel eins davon. Oder halt, wenn du die Ores eingibst, dann macht er die automatisch im Meserator und automatisch in Fernands und dann kommen die wieder raus. Komplett fertig. Du brauchst gar nichts mehr machen. Klingt doch geil. Ist geil. So, Red Zone. Ups. Mhm. So, und hier kommt die Power dran. So, Weizen. Logistics Firewall Pipe. Logistics Chassis. MK3. Okay, jetzt muss ich mir doch nochmal Gold von dir holen, Phipps. Oder bist du gerade zu Hause? Ich bin gerade zu Hause. Du brauchst aber nur einen Stack, weil ich noch zwei habe. Ah ja. I know, I know. Nur einen Stack. Hast du schon die Request Firewall Pipe? Ja, die mache ich gerade. Okay. Brauchen wir drei von, oder? Ja, ich mache, wie gesagt, jetzt erstmal nur eine für diese Aufnahme, wenn ich das System erstmal fertig kriege. Wieso steht denn da oben ein Skelett, Mann? Das ist doch scheiße. Essen die keine, äh, die Schweine keine, äh, keinen Reiz? Karotten essen die. Ach, kacke. Seit wann das denn? Seit schon immer. Naja, so fast. Plus, minus drei Monate. Seit wann essen Schweine Karotten? Ja, okay, die essen alles. Ja, ist so. Kommt her. Karotten. Ja, Karotten. Yeah. Das, äh, verstört mich jetzt leicht. Ja, ich muss mal hier aufmachen. So. I said the time isn't right. Ah, jetzt habe ich da Basic Logistik-Pipe drin gesetzt. Istioot. So. Aha. Wenn du jetzt noch was zu essen brauchst, musst du dir Bescheid sagen, ne? Ne, momentan geht's noch. Ja, bei mir auch. Ich brauche die Supplier, Remote Order, Logistik Chassis, Request Logistik-Pipe, Chicken Orgier. Warte, ich will mir was versuchen. Request Logistik-Pipe im K2. Ne, kann man, kann man den Magnet-Teil so mit einer Eisenspitzhacke abbauen? Äh, ja, kann man im Prinzip. Oh, 1, 2, 3. Oh, bitte, bitte, bitte. Soll ich das jetzt versuchen? Das muss jetzt reichen. Noch habe ich in der Hand. Könntest du mal machen, ja. Schaut ja nicht. Brauchen wir eigentlich eh nicht. 1, 2, 3. Hat der Mühe voll gebaut und du sagst, brauchen wir eigentlich eh nicht. 1, 2, 3. Ne, das geht aber nicht. Was denn? 1, 2, 3. Oder geht das anders, so? Und. Es gibt doch diese Fahrstühle hier mit den Magnetisern. Ja, ja, ich weiß. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Ja, stimmt. Das ist das und jetzt kommt noch einmal. Hast du mir jetzt mein Medium Storm wieder zurückgegeben? Immer noch nicht. Den habe ich im Inventar. Ja, dann leg mal in die, in der Pouch. Mensch. Ist das schon drin? Ja, ich muss doch hier produktiv sein, Mann. Ja, 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 leg dich ab, ja, 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 ja. Na, damit. Ich muss hier fucking produktiv sein, Alter. Du machst eh wieder eine Dreiviertelstunde-Folge, halt, Stunden-Folge. Mobb mich nicht deswegen. Oh, oh. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Was ist hier passiert? Oh, oh, oh. Hä, was hast du gemacht, Alter? Was ist passiert? Du bist ein Creeper. Was ist passiert, Mann? Oh, scheiße. Seriously? Hangman's Haus. Ja, komm, das bisschen. Ach so, wenn es nach Hangman's Haus war, ist ja okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon was Wichtiges. Könntest du nochmal noch keine Angst, Mann? Oh nein, der Tor hat den Thomas auch getroffen. Hoh ich mal mit Erde und flick das mal ein bisschen. Haben wir Zuckerrohr? Weiß ich nicht. Los. Habe ich Zuckerrohr? Nee. Sieht schlecht aus. Scheiße, wo kriegen wir Zuckerrohr her? Sieht wirklich schlecht aus. Fuck, Mann. Ich muss jetzt gleich da drüben in der Wüste. Zuckerrohr muss jetzt noch sein. Das ist wichtig. Zuckerrohr fürs Leben. Nein! Doch. Nein! Meine Kiste! Was? Verdammt, ey. Und meine Maschinen. Nein! Nein! Du is a Creep. Du is a Creep. Yeah, yeah. Du is a Creep. Yeah, yeah. Oh, Mann. Wieso spawnen die? Immer auf die Kleinen. Verdammt, ey. Das ist so groß. Okay, ey. Ich brauch ganz schnell ne Truhe. Alter, hier sieht's auch hammergeil aus. Warum haben wir hier nicht gebaut, Phipps? Hier ist so ein Berg, der so überhängt. Das ist mir egal. Es ist mir egal. Ich will davon nichts hören. Nein, das existiert nicht. Das bündest du dir nur ein. Das existiert auch nicht. Verdammt, ey. So ein bisschen mit Erde. Oh. Mit Erde? Vielleicht fällt's hängen wir nicht so ruhig auf. Alter, wir haben sein ganzes Haus. Wir zerstören so nach und nach sein ganzes Haus, ne? Das ist echt wahr. Und dann hier ist schon wieder ein Creeper. Was macht die für eine Scheiße, ey? Jetzt weiß ich auch warum. Baut euch doch mal so einen Bunker wie ich ihn habe. Ich baue dir gleich mal einen Bunker. Damme der Axt, ey. Heiße. Ein Bunker, so wie er sein sollte. Ich hab keine Meinung im Bunker. Ja, das säg ich den ganzen Tag hier unten. Ja, das glaub ich dir sogar. Ist so. Wie viel kostet eigentlich so eine Kristallkiste? Erstmal ablenken. Wir machen hier gerade schwere Zeiten durch, ja, Phipps? Echt mal? Gibt's die nicht? Was? Kristallkiste? Ach, da, da. Diamond Chest. Ach, das geht ja. Ja, das kann man nicht machen. Ah. Ich glaube ich, äh, an, äh, ne, Rind. Hä? Soll ich dir auch eine Kristallkiste machen? Du könntest mir mal einen Matesorator und einen Electric Furnace machen. Das ist zu viel Arbeit. Ja, genau. Das ist zu viel Arbeit. Da ist er sich wieder zu scharf für. Ist so. Ja, ja. Oh, Mann. Nein, ich gucke eben, was? Ein Matesorator und was? Und eine Electric Furnace. Ich mach dir eine Electric Furnace. Ah, Matesorator. Ja, Flint sollte ich... Wenn ich keinen Flint habe, hast du Pech. Hier ist Flint. Ne, warte, ich sollte eigentlich auch noch Flint haben. Du hast ja überhaupt kein Eis mehr hier. Ja, ist so. Wo bist du denn? Muss ich ja mal an meine eigenen Vorräte. So auswechseln. Dam, 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 dam. Dam nochmal, wo kam der überhaupt her, ey? Wo ist das so... Wow. Alter. Ich dachte schon, es ist jetzt verloren gegangen. Haltige Scheiße. Was hast du? Wo hat dir grad nicht zugehört? Wood, wood, wood. Wood. Ich hab keinen Platz im Invental. Überhaupt keinen. Oh, jetzt fehlt mir Refined Iron, ey. Stimmt, Iron hab ich auch nicht mehr. Komm her, ich hab noch Sau. Wir haben fast gar nichts mehr, man. Scheiße, ich brauch, ich brauch das. Ich hab noch einen Stack. Doch, ich hab noch 30 Diamanten. Kannst du mir mal, kannst du mir mal, kannst du mir mal, kannst du mir mal ein Diamond Gear basteln? Ich kann grad gar nichts. Ich mach jetzt deinen Messerator. Wo ist denn hier? Eisen. Ich hab kein Eisen mehr, Mann. Mann. Ich klau dir alles. Ey, ich brauch Refined Iron. Ja, das hab ich mir grad aus deinem Ding... Seriously, Mann. Ich hab kein Eisen mehr. Das hab ich jetzt aufgehoben. Da ist ein Maschinenblock, den nehm ich mir. Nein. Zu spät. Alter, ich geh zu Fübsonklau mit Diamanten. Echt, Mann? Du mir wenigstens Eisen. Leck mich. Ich hab doch keinen Eisen mehr, Mann. Wer hat denn Eisen von euch? Ey. Das ist alles zum Wohle des Systems, Mann. The cake is a lie. Ich geb dir gleich mal Kuchen, Alter. Wo ist hier Eisen? Ja. Scheiße. 24 hab ich mir genommen. Ey, was machst du an meinen Truhen? Ich mach ja auch deinen Meserator-Ding. Nein. Nein. So, Extractor im Quartal-Bundle. Jetzt, jetzt, jetzt kommt's, Alter. Jetzt, jetzt. Look at the technology of tomorrow. So. Boah, sie wär. Ja, komm mal runter. 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 Nein, ich kann grad nicht. Komm mal runter, Bitch. Ui. Alter, komm runter, Mann. Diese Power-Scheiße, oder? Komm runter, Mann. Ach ja, stimmt. Die muss ich noch anschließen. No energy. Die kommt, äh, hierhin. So. Jetzt muss ich noch, äh. Nein, komm da nicht runter, Phipps. Ich bin noch nicht fertig. Das war so klapp. Das war einfach so klapp. Ey, was brauchte ich denn jetzt nochmal? Und wer ist schneller? Ja, ich hab den Resorator fertig. Meiner steht schon längst da. Ha, ha, ha. Er hat gesagt, er steht. Hoffel. Oh, Mann. Sehe ich, dass da einer da schon steht. Ah, du bist echt dick, ja, Phipps. Bin der. Bist du. Ja. So, jetzt aber. Bist du fertig? War es ich? Nee, das dauert noch ein bisschen. Nein, nein, ich bin, ich bin, ich muss nur noch das Kabel anschließen und dann ammer's. Geh mit deinem scheiß Leuchten. Mein leuchtendes Ding. Ja, dein leuchtendes Ding. Da steht er drauf. Wow, da geht's ja auch im Reingang. Wie viele Gold Chipsets haben wir jetzt eigentlich? Vier. Ich hab grad so viel für dieses scheiß System verbraten. So, jetzt kommt hierher, Kinder. Ich hab was. Wieso nimmst du denn die blöden Kabel? Ja, aber die reichen für das Ding. Phipps, 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 bist du hier? Nein. Nein, nein, nein. Wo ist denn das Wrench jetzt? Hat er, okay. So, jetzt, jetzt mach ich hier mit dem Wrench, tue jetzt das Extractor-Mitur da rein und dann geht das hier richtig los. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Es glitzert. Es glitzert. So, jetzt sind die Items da drin. Ist das diese Black, ist das die Black Gold Chess? Genau, genau. Die Items sind jetzt da drin und jetzt kannst du hier vorne, bei der Pipe, hier, so. Wow. Jetzt kannst du hier vorne auf die Pipe einfach so draufklicken und dann kannst du alle Items in der Übersicht sehen. Leck mir doch die Eier. Und du kannst hier vorne einfach alles reinmachen, alles. Das ist ja besser als ein Traum. Es ist einfach nur geil. So, und ich hab ein leeres Emmental. Und ich hab fünf Fieberglaskabel, D-1. Glasfaserkabel. Ist das geil? Ist das geil? Das ist geil. War's das mit der Folge? War's das mit der Folge? Das war's jetzt endgültig. Okay, danke schön. Danke schön. Seriously, ey, aber das ist jetzt richtig geil. Das ist jetzt richtig geil. Und jetzt, und jetzt, hook mich an. Das kannst du dann auch für uns bauen, oder was? Das baue ich dann noch bei euch hin, genau. Okay. Das wird noch ein bisschen schöner. Okay. Ja, aber der Grundgedanke ist da. Ja. Wie viel kann die Blackboard jetzt nochmal? Acht Millionen? Zwei Millionen. Fuck. So viele Items werden wir niemals haben. Ja, sag das nicht. Ich überleg mir, ob ich jetzt hier noch schnell die Query hinstelle. Weil dann sind wir eh nicht auf dem Server. Nein. Nein. Und wenn dann ohne mich. Ach ja. Nein, ich brauch die Query ja nur hinstellen. Das ist ja schon alles aufgebaut. Ja, dann beil dich. Es ist ja... Kann man hier ohne... Baue ich da dein Haus mit ab? Können wir ja sehen. Da ist mein Haus gleich. Sehe ich auf der Karte. Mal gucken, wie hoch das kommt. Willst du mich verarschen? Äh. Ich guck mal. Ach nee, so hoch kommt das gar nicht. Der ist mein Boden. Wenn ich für dich hoffen. Mini-Jung. Ah nee, der baut nur bis hier hin ab. Oder? Baut der nur bis hier hin ab? Ich weiß es nicht. Wo seid ihr? Ja, das Wasser kommt von nach oben, Mann. Aber nicht aus meinem Haus. Nein, aus meinem Haus. Ah, fuck. Ich hab keine Pipes gebaut. Wo kommst du denn? Aus deinem Haus. Mysteriös. Das muss so geil ausgesehen haben. Das ist ein Puppetstone. Weil sich jeder irgendwo durchgegraben hat. Geht noch ein bisschen Erde. Was geht denn mit euch, ey? Ich bin doch ne Karotte. Ja, macht mir ab. Mein Keller dicht. Die ist gülden. Gülden. Er hat gülden gesagt. Gülden. Lol. Ach ja. So. Müssen wir mal den Keller schon zerstören, ey. Ich bin müde. Ich will schlafen. Wurzel ist doch erst 10 Uhr. So. Mein System ist fertig, Bitches. Ihr könnt mich alle mal. Was macht ihr denn da? Ich muss Erde los, ja. Tut sie in das System, Mann. Tu sie einfach in die Kiste. Ey, stimmt. Das hab ich ja total vergeben. So. Ja. Ein Wunder. Der Wunderwerk der Technik. Kotz. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Wochen wieder bei Techdown. Tschüss. Tschüss. Tschüss.